gut leute als ich habe keine ahnung was das jetzt hier heißt ein plan müssen wir erst mal gucken wenn ich die luftwaffe jetzt hier hoch schicke ja das ist genau das was ich gedacht mir habe wir müssen erst hier die flux räumen ja ok aber zuerst mal du hier wak so so Okay, kommen wir zurück. Ich habe irgendwas verloren, weil der mir doch gerade einen rein... Nee. Aber Junge, wie kannst denn du gerade hier so stark sein? Was geht denn da ab mit dir? Du hast doch da gar nichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ja wir müssen erstmal hier runter also das hier muss jetzt we dealt with the P.O.W. camp's comrade Zhukov the americans won't be using those germans against us excellent comrade Vasilevsky capitalist trickery and intrigue won't deter us we Soviets have been forged in war we're stronger so und dann haben wir hier die versorgung das heißt die können jetzt eh nicht eingreifen hierhin ah ok stimmt die zerstörer hier können also ok dann müssen wir das erstmal ausschalten ne irgendwie naja eher hier ja machen wir das so so wir schauen das jetzt aus ok passt ja 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 wenn der da mit Schiffen will was machen müssen wir natürlich da jetzt drauf reagieren ja 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 wir haben doch hier ein flugplatz oder nee das wird optimal gewesen und angriff zu fahren aber okay da müssen wir warten so den übergang hier hätte ich jetzt auch gerne frei gucken wie wir den frei kriegen ja komm mal hier hin sehr schön was ich wollte schon sagen das ding ist nicht geplant so 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 okay das gebiet hier ist das ist wieder die stadt weil das ist so richtig mies diese gebiete hier so hier hin so so hier drauf hier drauf hier drauf so 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 hier drauf so 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 beförderung beförderung machen wir gleich beförderung machen wir gleich ich bin hier gerade vor den verkehrsstau so so hier hin hier hin hier hin hier hin so hier hin so da haben wir eine beförderung du hast ein Wetter ja hm 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 hierhin hier mal zur deckung mit ja so dann haben wir beförderung aber lass uns gucken wo war das an der abwehr oder also sturm geschützt erst mal das sturm geschützt bekommt man das mit dem tödlich er muss mega einstecken aber das ist okay ich bin schon überlegen was mache ich ich bin überlegen dem eine zahnung zu geben das ist deine letzte eine letzte beförderung falle stellen ja brauche eigentlich nicht erschlag haben wir ja auch schon hier bewegung bin ich eigentlich zufrieden sehe ich jetzt kein problem also es schwankt zwischen zwei munition und tarnung tarnung wäre natürlich ja komm wir machen das mit tarnung das kann ja bei dem nicht schaden so die panzerabwehr ich glaube den gebe ich mal den erst schlag oder der hat aber auch meistens immer erst schlopfen daher falle stellen ich mache mal bei dem die falle stellen das kommt bei dem nicht schaden so dann war dann noch was da war nichts mehr okay so also wir sind zum großen teil jetzt ja wir sind jetzt auch wir sind jetzt über dem fluss ja alles hier dran ist jetzt wirklich weg jetzt kommt das große ding parisen lassen da haben wir die armee die sollte das schaffen die da oben während das erklären dass die dem rückraum dass die hat in ruhe auf paris vorgehen können jetzt haben wir das problem ja noch hört dass wir auf jeden fall lösen wir haben jetzt nacht das könnte uns sogar helfen weil bei nacht mal weniger schaden wohl so komm rein ja bleibt auch drin es war ein schweres ding ja alles zu räumen ich tippe dass wir das erobern sollen oder weil verhindere den rückzug der us-einheiten über see problem ist halt meine einheiten sind nicht auf see ausgelegt meine bomber jäger gar nichts ich hoffe dass es da was gibt weil wir werden großbritann irgendwann kriegen und da brauche ich einer die wohl was die torpede sind so ein kram stimmt das ist jetzt nicht toll versorgungsdingen ja dass das jetzt frei ist ist natürlich auch nicht gerade ricken sehe ich gerade aber kann er da rein ach du kannst noch feuern aber das wusste ich nicht ich dachte ich hätte alles gemacht sie ist das hätte mir schon mal ein bisschen einiges erspart aber so auch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020